Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so klar, das war so klar, das war so klar! Das war einfach so klar! Der puppelt einfach im Ohr, wie ekelig! Und dann geht der mit den Händen in den Salat! Will! Wie ekelig bist du, der puppelt im Ohr und macht dann die Hände in den Salat! Weil ich kann ja mal eine verschieben, wartet, guckt mal ganz genau hin. Habt ihr es gesehen? Meine normale Farbe mit der Linsenfarbe? Ist creepy, oder? Ich glaube, das war nicht genug, wartet. Meine eigene Farbe ist halt dunkler. Ich bin demoliert, ich bin demoliert. Wäre sonst tatsächlich verhungert, theatralische Pose einnimm. Ich wäre fast verhungert! Oh ne Pizza! Nur ein Kilo, das toppt, nennt sie doch locker! Ja locker, ein Kilo ist nix! Ein Kilo ist nix! Das war sehr zärtlich! Ja super! Ah, schön! Nach links! Wow, einfach mal vom dritten auf den letzten Platz wegen diesem Scheiß! Wo sind denn die Punkte? Tapp! Tapp! Jaaaaaa! Alice Loben! Alice Loben! Alice Loben! Alice, die Retterin! Wup wup! Oh ja, der Fucker und da hat wieder seinen Spaß! Oh fuck, das war doof! Ich liebe das, dass der gerade so einfach nur da liegt. Der liegt gerade vor meiner Nase und schnurrt einfach. Ich liebe das so. Ich liebe diesen Kater einfach so sehr. Das hast du gehört? Hast du das gehört? Hast du das verstanden? Ja? 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 Als ich das gesagt habe, hat er seine Foto auf meine Hand gelegt, Leute! Das ist so süß! Das ist so süß! Ja! Oh! 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 Ich habe ihn auf meine Hand gelegt! Er ist so süß! Ja bist du! Ein super süßes Kätzchen bist du! Ja! Er guckt mich so verliebt an! Er ist so süß! Ich habe ihn auf meine Hand gelegt! Oh! 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 Was? Okay! Und woher werde ich das versuchen. Oh! So! Oh! fressen. Na, dann lass es. Dann lass es halt. Dann geh nicht duschen. Das heißt, du schminkst die Bande auch von zu Hause? Nein. Nein, Ray. Und wieder ein haariger Schwanz und eine haarige Bonnie und ein haariges Kuschelkäppchen. Hm? Da war aber jemand stürmisch. Was hört sie denn da an? Was hört sie denn da an? Was zum Teufel ist das denn? Alter, was ist das? Warum? 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 Was hat sie vor Armbrauen? Das ist ein Haarband, glaube ich. Alter! Oh, Anni ist noch eine Gefahr. Die habe ich gar nicht gesehen. Anni wäre noch eine Gefahr gewesen. Anni kann jetzt tatsächlich die Kiste öffnen. Scheiße! Mich nicht aufgepasst. Kackeverdammt. Ich habe nicht gesehen, dass sie da steht. Ich wollte nicht so ganz nackt in den Stream gehen. Ich dachte, wir können mal so einen kleinen Flirt starten, weil heiße Sekretärin wie mir. Ich würde ganz kurz ein Lied anstimmen für die 140.000. Das ist sehr gut. 140.000 Euro. Ihr seid krass. Ich dachte, wie? 140.000 Euro. Ich mache mich nass. Holy shit. Ihr seid noch alle da. Vielen Dank für 140.000 Mark. Danke sehr. Das war sehr schön. Ja, mein Mann. Ja. Warum bist du so? Warum bist du jetzt so? Was habe ich dir getan, ey? Ich weine nicht, Schatz. Ich habe nur so getan. Du musst nicht so gucken. Ist alles gut. Ich tu so, als ob ich weine und bat direkt so. Geh mir aus den Füßen. 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 Ich bin sofort wieder da. Ich hole gerade ein Kinderbuch. Ja? Komm sofort wieder. Und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Sub-Bomsen. Für die ganzen Sub-Bomsen. Ihr seid verrückt. Wirklich. Danke schön für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ihr helft mir wirklich sehr, 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 sehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Außer danke. Mehr kann man ja irgendwie nicht sagen. Ich fand nicht, dass es zu viel TTT war. Vielleicht ist das auch Geschnappssache. Vielleicht ist das auch Geschnappssache, ne? Geschmackssache. Ich kenne die Map leider nicht. Ah, der hat sie mal rüber aussehen. Ich wollte auch mal. Das schmeckt sogar sehr gut. Ich wurde erschossen. Oh, wie war das? Wer wurde erschossen? Du kannst nicht schreien, dass du erschossen wurdest. Du bist doch tot. Sorry. Okay. Ja, ist doch schön, wenn man auch die Dinge, die nicht so ganz so positiv trotzdem negativ sehen kann. Es gehört ja auch irgendwie alles zusammen. Kein Mensch ist perfekt. Ich glaube, meine Cam ist beschlagen oder so, ne? Verschmiert. Einmal wischen hier. Wow. Du weißt schon, dass ich hinter dir stand, ne? Der ist wirklich schön. Ja, aber der hat doch richtig. Ja, was ich... Loil! Da ist noch einer, Flo. Nennt sie! Nennt sie! Nein, ich hab fun getötet, weil er ein Traitor war. Oh, loil. Bum, wo ist es? Nee, der kommt. Oh nein. Dann kannst du dir ja auch ein paar neue Gummibärchen kaufen, mein Schatz. Juhu! Weil ich die alle aufgefuttert hab. Denn sie muss nur noch... Ich muss nur noch kurz Oris' Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Danke! 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 Danke!